Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blood Green. Wir müssen weiter auf dieser Route Pokémon trainieren und Pokémon klatschen und so weiter. Herr Enke, lass uns versuchen wirklich, was? Lass uns wirklich zusammen versuchen. Oh mein Gott. Sorry für die Nosen. Bertha und Enke. Okay. Das dürften wir, glaube ich, easy hinkriegen, oder? Ich schätze, doch. Ich schätze schon. Äh, Finsterfaust auf. Ach komm, machen wir erst mal Shiggy. Und Tauboga greift Glumanda an. Hm? Ja doch. Hat gut funktioniert. So, dann würde ich sagen, machen wir das gleich andersrum. Aha. Äh, Finsterfaust auf Glumanda und Aeroa ist auf Shiggy. Und das dürfte Glumanda besiegen und Shiggy besiegen. Äh, es gibt gar nicht mal so krasse Erfahrungspunkte, ne? Weil's halt erst was? Okay. Okay. Äh, Erstentwicklungen sind. Und das halt noch nicht so reinhaut. Und Leute. Der hat regnet. Äh, das schneit. Warum? Warum schneit das? Erklär mir das mal. Also ganz ehrlich. Es ist, äh, bei mir schneit es. Es schneit einfach. Ganz chillig. Schneit hier draußen einfach. Warum? Das ist übel Kacke. Äh, los. Lass uns kämpfen. Äh, auf in die Gamm. Los. Okay. Das ist, äh, warum? Heute ist ja Osterefeuer. Und ich glaub, das fällt aus. So. Äh, ich mein... Hallo? Warum? Das ist komplett Kacke, ey. Das stört mich übel. Das ist einfach... Das ist einfach schneit. Ich mein, es ist April fast. Das ist... Nee. Einfach nur doof. I don't like that. Bin ich echt nicht nett. Aber naja. Okay. Was soll ich ändern? Ich kann mich nur drüber aufregen. Und das ist auch dumm. Aber, naja. So, Smadbo regelt grad bei den Bikern. Weil die haben ja alle nur Slimer und Smog on. Und da hat Smadbo gute Karten. Sehr, sehr gute Karten. Mir ist übrigens wieder meine letzte Attacke für Shiggy eingefallen. Also, Shilok, also Totok. Äh, sonst war Eisenschweif war's. Stimmt. Eisenschweif war's. Das war die letzte Attacke. Mann, dass ich das vergessen habe. Und für Smadbo weiß ich es auch nicht. Immer noch nicht. Genau. So. Aber Siehstrau ist eigentlich ganz nett, ne? Siehstrau ist eigentlich eine ganz gute Attacke. Kann halt auch Windstoß lassen. Äh, komm los ab. Mach ich. Äh, was ist hier? So, was sind hier oben für Pokémon? Wir müssen ja noch ein paar fangen, damit wir den EP-Teiler bekommen. Den ich auch ganz gern echt haben würde. Eigentlich. Noch ein Blutzuck. Hab ich schon. Haben wir schon gefangen. Ich könnte noch mal ein paar entwickeln, so. Ich weiß nicht. Leute, wie seht ihr das? Wer das... Was meint er? Ist es okay? So, äh... Blutz... Für, 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 für... Den Pokédex. Sich einen Sonderbonbon-Cheat zu holen. Um den damit so ein bisschen zu vervollständigen. Und dann die ganzen Pokémon entwickeln zu lassen. Ja, sehr gut. Ich brauche halt selber treiben. So, weil... Weiß ich nicht. Was meint er? Also so ein Ratschfratz oder so zum Beispiel. Einfach mit Sonderbonbons. Durch Sonderbonbon-Cheat. Einfach hochtrainieren oder so. Das wäre doch eigentlich eine... Gute Idee, oder nicht? Wäre dann nicht was? Weiß ich nicht. Müsst du nur gucken, weil... Wir haben ja jetzt Sonderbonbons schon ein paar gefunden. Und ich müsste die halt irgendwie... Irgendwie zählen. So, dass ich halt... Weil ich würde die am Ende des Spiels halt gern noch benutzen. Die paar Sonderbonbons, die man im Laufe der Zeit findet. Und ich brauche dann halt genau die Anzahl, die ich hatte. Das wäre so das einzige Problem. Oder ich mache das halt echt erst ganz am Ende. Vor der Liga irgendwie. Dass ich da nochmal mit Sonderbonbons... Die ganzen Pokémon, die wir gefangen haben, hochtrainiere. Bis sie sich halt entwickeln jeweils. Das wäre halt noch eine Idee. Also machen würde ich es ganz gern. So ein bisschen Pokédex nochmal hochbeilern. Ich würde sie auch alle im Gras trainieren. Aber das wäre so... Oh, wäre das anstrengend. Oh, wäre das anstrengend. Aber ich könnte es natürlich machen. Dann müsste ich mir keine Sonderbonbons cheaten. Nicht nochmal cheaten. Du hast mich besiegt, oh Mann. Nicht nochmal cheaten. Nicht wie mit den Münzen. Ein Pokémon-Kampf. Cool, leg los, Bike. Hast du mich grad Bike genannt? Arsch. Du wirst untergehen, alter Sascha. Sascha wird untergehen. Das ist ein gutes Training für Smetbo, ne? Smetbo wird in der Arena eigentlich noch genug trainiert. So. Das ist ein bisschen krass. Smetbo wird, glaube ich, bald unser stärkstes Pokémon sein. So. Also erstmal kommt ja noch die Pflanzen-Arena. Dann kommt erst die Gift-Arena hier. Oder erst... Saffronia City? Weiß ich nicht. Ich könnte natürlich auch erst die Gift-Arena machen, weil ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Aber ich würde halt ganz gerne ein bisschen Tobogern hochpushen. Und das ist halt das Einzige, was wir noch in Prismania City machen müssen. Den Orden holen. Ja, wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Okay. Sieht man. Mein Kaffee ist gleich alle. Das ist ein bisschen ätzend. Aber naja. So, das ist der letzte Biker. Das heißt, danach wird ein bisschen Toboga trainiert. Ich meine, sechs Level kriegt Toboga definitiv nicht in der Pflanzen-Arena. Deswegen können wir es hier auf der Route noch ein bisschen trainieren. Und... Sly Mock. Hm. Das ist cool. Dürfte aber auch eine leichte Sache für unser Smetro sein. Wow, doch nicht. Hm. Das überrascht mich gerade. Aber okay. Das ist echt ein Ding. Schlammbad. Ah. Okay, und wen schloss? Das dürfte ausreichen, oder? Ja, gut, okay. Das dürfte schon Level 36 für Smetro sein. Alter, neu. So hat Smetro jetzt auch unser Level-Niveau erreicht. Hm. Gott, sonst schmerzlos. Ja. Krass. Schon drei Level Pokémon Level 36. Jetzt ist erstmal ein bisschen Toboga dran. Ich weiß gar nicht, hier oben waren nur ein paar Trainer, ne? Also ganz, ganz wenige eigentlich, glaube ich. Du. Ey, du siehst Lamp-Rom aus. Was? Was ist das denn für ein Wort? Dann habe ich eine Chance. Was ist denn Lamp-Rom? What the fuck? Was ist denn Lamp-Rom für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört, Leute. Noch nie. Wir sollten eigentlich tauschen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Paralyse. Ah, ich bin aber noch so dumm und mach das, ne? Also ich bin so dumm und greif an. Wie viel macht Donnerblitz jetzt ein Damage? Ha! Gingo! Ha! Scheiße! Heftiger Damage. Na gut, effektiv halt, ne? Nur ein Level-Unterschied. Toboga hat ja kaum Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe es nicht kaum trainiert. Das ist ein bisschen kacke. Aber naja, Toboga ist dann auch mein Level- Äh, mein Taubos, ne? Merke ich gerade. Cool. Könntest du nochmal zum Tauboga switchen? Für die Erfahrungspunkte. Stimmt. Wann entwickelt sich Tauboga zu Taubos? 35, 36? Auch? Ne. 33? Irgendwie sowas, ne? Ja, komm, switchen wir mit Nido King rein. Mit Schaufler dürfte das eine leichte Sache sein. Unvergiftet. Yeah. Gegner wurde durch Gift verletzt. Ja, ist okay. Und Schaufler. Ich hoffe, Nido King wird nicht auch noch paralysiert. Das ist ja doof. Hei, Tote. Ja, ist okay. Bam. Nice. Nido King ist halt einfach. GG. So viele effektive, äh, effektive Attacken, ne? So viele, äh, es gegen so viele Gegner effektiv. Du bist ein Bolz im Schafsfell. Ja, ein Wolf im Schafsfell. Okay. Äh. Ja. Nido King hat so viele Attacken, die gegen so viele verschiedene Typen auch effektiv sind, ne? Das ist ganz cool. So, Taboge, erst mal ein bisschen boosten. So. Jetzt können wir weiter trainieren. Hallo. Du bist perfekt. Hältst du mir, meinen kleinen Bruder zu trainieren? Mh, ne? Oh, Doppelkampf. Oh. Das ist kaum unerwartet. Aber das ist ganz nice, weil... Der Smet-Boom anfangen. Das heißt, Aeroas und Psy-Strahl. Weil Psy-Scho auch effektiv gegen Gump ist. Das ist ganz nice. Ah, schade. Okay. Ich hab mehr Damage erwartet. Ah, nein! Smet-Boom. Wow. Ich hab mehr Damage erwartet. Ja, definitiv hab ich mehr Damage erwartet. Ha. What? Alles klar. Ich mein, das war sogar effektiv. Der Smet-Boom ist jetzt nicht so der übelste Tank, sag ich mal. Aber okay. Akzeptier ich. Ha. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Sehr schön. Konzentrier dich, äh, Sergio. Acht auf deine Taten. Ja. Ja. Hey. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Ja, hast recht. Ist schon ganz nett. Pipi. Jo. 33, alter. Äh, Aeroas. Uiuiui. Kosmikkraft. Hielt sich, oder? Nee. Beteiligung steigt. Spezialverteidigung steigt. Okay. Es ist sowas wie ein Igla oder Herdner. Nur noch schlimmer, weil beide Verteidigungstypen steigen. Wir machen fliegen. Mal sehen, wie der Mensch das macht. Alter, jetzt hat er auch noch einen. Ey, willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen? Es gibt's nicht. Es gibt... Oh, nee. 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 Hör mir auf. Boah. Ekelig. Der Kampf ist jetzt schon einfach eklig. Boah. Alter. Sorry. Aber... Hab ich keinen Bock drauf. Ich hab das vorgespürt, Leute. Es ist schon mir leid. Die Animation von dieser Attacke ist halt einfach fünf Jahre. Und dann macht die nicht mal was. Außer Verteidigung steigen. Und Spezialverteidigung. Ey, hör mir auf. Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade vorgespürt habe. Aber da hatte ich gerade keinen Bock drauf. So. Wir sind mit der Route fertig. Wir können endlich Fuxania City erkunden. Hallo. Ich bin der ältere Bruder als Bofi-Anglas. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch? Ja, klar. Bist du sympathisch? Nimm das hier. Wir haben doch schon die Super-Angel. Aber danke. Gucken wir gleich mal. Hier nach. Äh. Erstmal mit der Super-Angel. Ah, die hab ich noch fixiert. Okay. Nicht mal ein... Okay. Mh, 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 mh. Keine Pokémon-Marken. Yeah. Na, was haben wir? Ein Coltini. Das hab ich noch nicht... Tatsächlich noch nicht gefangen, weil ich's noch nicht gefunden hab. Das ist ganz gut. Ich hoffe, das war jetzt... Okay. Nicht genug Damage. Das ist schön. So. Äh, Beutel. Und Superball. Und? Das dürfte eigentlich... Eigentlich dürfte ich's fangen. Nice. Hab's gefangen. Sehr schön. Goldini-Eintrag im Pokédex. Äh, jetzt hab ich nicht... Ah, hab ich nicht vorgelesen, ne? Oh, egal. Okay. So, noch kurz in das Haus hier. Und dann erstmal kurz ins Pokémon- ins Pokémon-Center. Hallo. 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 Ja, klar. Okay. Was willst du von mir? What? Aber okay. Ich glaub, der hat seine Zähne nicht mehr. Der klingt zumindest so. Irgendwie. Aber gut. Okay. So. Äh, hatte ich mit denen schon im Pokémon-Center hier geredet? Weiß nicht. Hallo. Weiß nicht, wann wir da nicht sind, die liegt ein Fahrer. Der führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga. Der höchste Instanz in der Trainer. Ja, das hat... Okay. Haben wir schon. Haben wir schon geredet. Hallo. Äh, oh, ja, Attackenverlierer. Ah, okay. Nein. Muss ich nicht. Ist nicht wichtig. Haha. Hallo. Bill, ich hab' ich mit dir auf seinem PC-Pokémon-Daten. Hat er sie dir gezeigt? Ja, hat er. Der weiße, der Samarizone ist sehr alt. Aber er ist immer noch im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Oh. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Ah, schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Ja, da hab ich getroffen. Diesen krasser Wort. Haha. Okay. So. Hallo. Von dem Eingang zur Samarizone befindet sich halt so. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Ah. Savon... Äh, Pokémon-Paradies. Samarizone. Roxane City. Stadt der rosaroten Träume. Ist hier drin? Äh, gleich aus den Menschen. Äh, Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige fossile ausgestorbene Urzeit-Pokémon. Herr Fleckmon? Okay. Der Werter trägt den Spitzen an Fleckmon. Ah, okay. Ja, und Fleckmon ähneln sich sehr. Sind die beide so dumm und faul? Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat seine Zähne nicht mehr. Ja. Das hab ich auch schon mitbekommen. Fleckmon hält zur Zeit seine Werbekampagne. Erreicher die abgelegensten Stellen in der Safari-Zone. Wenn du es schaust, hältst du einen praktischen Preis. Oh ja. Und das werden wir auch machen. Aber erst im nächsten Part. Wo ist Sarah? Ich wollte sie hier treffen. Weiß es nicht, wo sie ist. Ventanera. Ein Voltoball. Äh, dieser Beideut ist tatsächlich ein Pokémon. Ja. Das ist ein Voltoball. Labras. Oh. Sind das Einträge dann im Pokédex? Ich weiß es nicht. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Ja. Hab ich schon. Oh. Ein Ammonitas. Ein Kangama. Ah. Ich wünschte, ich wäre ein Kangama-Baby. Wäre so gerne anstelle des Babys. Ich würde mich in den Beutel der Mutter Kangama kuscheln. Aber nur Pokémon können Delegator anwenden. Soll ich Delegator ein? Nein. Nein. Haha. Einfach nein. Safari-Spiel. Pokémon fangen. Yay. So mehr ist hier nicht. Nö. Okay. Hier ist jetzt die Safari-Zone, Leute. Ja, da gehen wir erst in den nächsten Part rein. Hallo. Ey, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Die Safari-Zone besteht aus vier Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Du kannst auch Köder oder Steine werfen. Bei einem Köder flieht das Pokémon nicht so schnell. Er ist aber schwieriger zu fangen. Bei einem Stein flieht das Pokémon eher, ist aber einfacher zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Okay. Das machen wir aber erst in den nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wir werden bat. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Derein.